Eine große Cola. Leid? Hab ich leid gesagt? Das macht dann 9 Dollar und 30 Cent. Nein, nein, ganz bestimmt. Oh, nein, 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 das geht aufs Haus. Weißt du nicht, wer das ist? Sag's ihm, Toni. Guck doch mal an die Wand. Ja, guck doch mal an die Wand. Sie war der Star bei den Wettkämpfen 2004. Ich weiß, dass du mich wieder bestohlen hast. Doch das ist schon lange her. Du kriegst ab jetzt kein Taschengeld mehr. Hast du sie noch alle? Du streifst mir mein Taschengeld und willst, dass ich aufhöre zu stehlen? Was bist du nur für ein krankes Monster? Was hältst du von einem Trainerjob? Ich bin kein Coach, ich bin ein Star. Ich war bei Dancing with the Stars und nicht bei Dancing with the Coaches. Sehen Sie, was passiert, wenn Hope die Hoffnung des amerikanischen Turnernachwuchses trainiert. Mein Gott, Hope and Gregory. Ich hab so gehofft, dass wir uns nochmal über den Weg laufen. Vielleicht könnten wir unsere Telefone mal austauschen oder, ähm, oder simsen oder facetimen oder sowas. Was musst du am stärksten trainieren, um ein Champion zu werden? Mein Körper. Meine Ausdauer? Meine mentale Verfassung? Deinen Verstand. Ich sagte doch, meine Mentale... Klappe! Hier der Deal, Zucki. Ich bin der Pilot und du... Der Co-Pilot. Verstehe. Ich denke, er ist Judas. So, so, so. Hope and Gregory. Wenn Hope, Maggie, weiter trainiert, werfen sie die Karriere ihrer Tochter aus dem Fenster. Ich habe Gold- und Silbermedaillen gewonnen. Hope hat es nur zu Bronze gebracht. In einer Männersportart. Und die geht jedem am Arsch vorbei. Klingel. Auf die Matte und hör auf zu grinsen. Wollen wir beten? Ich liebe das. Gib mir die Hörbe. Nimm die Knarren weg. Fisch ab, Zucki. Steh da und geizig auf das Schwein. Willkommen zum großen Auftritt. Maggie! Ist es wahr, dass du deine Brüste wegtapest? Wer sagt das? Matt von der Sneaker-Galaxie? Nein, nein. Carlos der Bar? Nein. Tankstellen, Dan? Nein. Stacy von Quiznos? Maggie, nein. Mein Gott, stopp! Sollen wir nicht lieber Tchaikovsky laufen lassen? Coach P sagt, es ist ein Klassiker. Das würde sie auch zu einem vollen Busch sagen. Aber sowas ist widerlich.